Ist Elrond ein Investment wert? Ja, ist es auf jeden Fall. Habe ich auch rein investiert und ich glaube, das hat extrem starke Anstiegspotenziale. Ich würde noch gerne bei Casper XDC Link investieren. Sind die aktuellen Preise noch attraktiv oder lieber etwas abwarten? Das mit abwarten oder jetzt investieren, das musst du selber für dich wissen. Wenn du allerdings langfristig investieren möchtest, mindestens bis Ende 2025, wo der nächste Bull on Top erwartet wird, sind das meines Erachtens nach bei den drei Coins noch keine schlechten Einkaufsbereiche. Ja, aber das heißt nicht, dass wir jetzt nicht fallen können und noch bessere Preise entstehen. Aber ob du jetzt darauf spekulieren möchtest oder nicht, da musst du dir Gedanken machen. Das kann ich dir nicht abnehmen. Wo siehst du BTC 2025? Das werden wir sehen. Ich denke mal, Bitcoin wird so bei 106.000, zwischen 90.000 und 106.000 toppen. Das ist das, was ich durch meine Analysen herausbekommen habe für mich. Wie ich darauf gekommen bin, zeige ich euch noch, wenn der Bull on Top gekommen ist. Ich denke mal, ja, zwischen 90.000 und 106.000 wird das Ende sein beim Bull on Top. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal, DANvenir gut